2.18 Uhr, okay. Wow, halt, 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 halt. Spinni. Wir haben unseren Patienten vergessen. Keine Angst, ich tue dir nicht schon wieder was. Und du bist ja sicher, dass du nicht selber fliegen willst? Ich meine, du kannst es, oder? Also warum muss ich dich gerade tragen? Hältst du dich für so schwach oder eher nicht so? Wo ist Triggs' Versteck? Hat er sich gerade erst rausgefunden? Oder fragst du ihn das nur so rein provisorisch nochmal? Mann, zum Glück hat er einen festen Magen. Was denn, du wirst ja jetzt nicht anfangen, einen auch empfindlich zu machen. Kurz nachdem ich dich gelobt habe. Ah, ich höre schon wieder mit Troidenstücken. Geht gerade die Sonne auf? Das ist ein bisschen ungünstig für ihn. Oh, ich sehe gerade, da oben ist ja auch noch ein Timer, der läuft. Ups. Und Trapper. Laden. Tut mir leid, die Familienstunde zu unterbrechen, aber jemand braucht Hilfe. Hau da! Was hast du mir angetan? Ich wollte dir nichts antun, Liebling. Ich habe die Krankheitserreger freigelassen, an denen du geforscht hast. Sie müssen dich vergiftet haben. Aber ich kann dich wieder stärker machen, Liebster. Stärker als je zuvor. Äh, nein. Mit meinen Gefolgsleuten haben wir endlich die Familie, die wir wollen. Nein, 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 nein. Zusammen können wir alles haben, was wir uns wünschen. Nein, 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 nein Das sage ich wirklich sehr einfach. Okay, ich brauche unbedingt sowas wie Gesundheit. Ja, ich weiß. Nun komm, Morbius, oder traust du dich nicht mehr? Au. Okay, der ist down. Und er ist nicht mehr down. Bitte liebste, beende diesen Irrsinn. Nice! Vernichte ihn, Michael! Äh... Äh... Ich würde es aber bevorziehen, nicht zu sterben. Hallo! Aua! Und down nochmal. Wenigstens der zweite Teil oder von ganz Anfang an? Naja, wenigstens sind die zwei wieder glücklich. Ich meine, das ist doch toll. Ganz am Anfang an. Scheiße! Ich ziehe dunkles vor. Du auch. Sie ist schnell. Ich muss die Fenster öffnen, kurz bevor Morbius zuschleppt. Jeder hat eine dunkle Seite. Ich bring sie nur hervor. Er ist benommen. Das ist meine Chance, ihn zu erledigen. Shit, jetzt nimm doch mal die Fenster in die Hand, du Penner. Ah, das war mies. Das war echt mies. Und das ist noch mieser. Könnt ihr mich bitte gleich töten? Das bringt gar nichts, das noch weiter zu versuchen. Fuck, ey. Ja, komm, aber mach hinne. Oh nein, jetzt hat er aus Versehen auf B gedrückt. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß normal machen. Äh... Ach, nö, doch nicht den ganzen Piss. Ey, nein. Kann ich mich nicht teleportieren oder so? Wieso bin ich schon wieder in Rot-Blau? Das ist unfair. Na, komm, hopp, hopp, hopp. Was war denn der Scheiß, weißt du? Also, besiege ich ihn? Was macht sie? Sie heilt ihn einfach wieder. Wie mies. Und für mich droppen nirgendwo irgendwelche von diesem komischen Heilungs-Orbs runter. Dann wäre der ganze Kampf nur halb so wild. Aber so? Vor allem ist das doof, dass sie da mit ihrem Orb rumfliegt, in den ich dann dauernd reinspringe. Ah, naja. Aha, du dachtest ruhig, lass dich fallen, oder wie? Falsch, hast du gedacht. Schnauze. Ich weiß, du wirst mich sowieso verraten, sobald wir dort sind. Von daher... Warum dampfe ich dich nicht einfach gleich in den Fluss? Würde mir zumindest die erste Hälfte des Kampfes ersparen. Ich könnte mir den ganzen Kampf sparen, nicht die blöde Kuh damals schon einfach ausgelöscht. Ach, du... Ich kann... Ich kann dir den devoted sein. Schnauze. Ich kann dir das einfach in Europa schaffen. Geht's aber wieder länger dauert. Morbius Heirs. Und? Na, fast Punkt Landung. Nochmal! Laden. Kenn ich schon. Naja, wenigstens sind die zwei wieder glücklich vereint. Ist doch toll. Das kann ich nicht abbrechen. Nein. Ah. Alter! Das war doch eben nicht so das Problem, die Scheiße zu eröffnen, bevor der einen anspringt. Jetzt mach doch mal das Fenster auf, du Idiot! Schlag zu, du Penner! Ich würde es vorziehen, wenn ich einfach den Kampf gewinne, ohne jetzt weiter zu kämpfen. Wir kriegen beide nicht, was wir wollen. Also, Fresse halten, weitermachen. Jetzt zieh die Fenster, zieh die Fenster, zieh die Fenster! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Weg hier! Die Familie hat im Irrenhaus wohl eine doppelte Dosis bekommen. Spider-Man, sag mir, wo zum Teufel du den Anzug hier hast! Wir müssen diese Plage aussorten! Wir müssen diese Plage aussorten! Er steht unserer Bestimmung im Weg! Bitte, Liebster, beende diesen Irrsinn! Nein! Vernichte ihn, Michael! Ich muss Morbius aus dem Weg schaffen. Muss ich die Sauerei aufräumen? Nettes Ehepaar! Die Familie hat im Irrenhaus wohl eine doppelte Dosis bekommen. Hoffentlich hast du mit deinem neuen Anzug auch Ohrstöpsel bekommen. Ah, ein paar kriegt er noch an die Fresse. Oh, fuck, ey! Ich kann nichts dafür, wenn er nichts macht, wenn ich jetzt kann, mich anzuhängen. Nein, 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 nein! Oh, fuck, ey! Nur weil er nichts macht! Mach! Controller, normaler Controller, viel besser als die Pisse hier. Lauf ins Licht, lauf ins Licht, geh ins Licht, Morbius, geh ins Licht, du blöder Penner! Stirb endlich! Oh! Ins Licht! Aber ich genieße es am meisten, wenn du meine Wünsche erfüllst. Ich bin ja schon mal abgeblitzt, aber so noch nie. Schaden in der Süd, was Fenster aus Norden weht. Dort drehen uns, wie der Wind sich dreht, auf der Suche nach dem goldenen Traum im Licht. Der Himmel über dem Wald ist blau im Ozean, legt sich in unsere Segel und immer weiter geht die Fahr ins Licht. Ich ziehe Dunkles vor, du auch. Komm an Bord und du wirst sehen, der Horizont ist so unendlich weit. Wenn in neue Welten gehen, bald schon in eine neue Zeit. Und guck doch unter uns, die See hätten trotzdem unseren Kurs zu fremden Inseln irgendwo da draußen. Yeah, yeah, yeah. Wir müssen die Zügeklarke ausmachen. Hier steht unsere Bestimmung im Weg. Ernsthaft? Wir spielen hier das gute alte Computerspiel gleich dreimal Spiel? So, jetzt aber. Los, Michael. Do it. Or do it not. Haha. Hab dich, du Trantüter, du. Und Uppercut. Und in die Fresse. Ich würde es vorziehen, wenn du mein Heim nicht indekorieren würdest. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Wir kriegen beide nicht, was wir wollen. Und ich würde jetzt gerne mit dieser Schlagparade das Ding hier beenden, aber das kriege ich auch nicht hin. Oh, komm jetzt hier. Nicht auf den letzten Meter. Nicht auf den letzten Meter. Nicht auf den letzten Meter. Mach's weg, mach's weg, mach's weg. Komm, Morbi, Morbi, Morbi. Du bist doch so ein Arschloch. Okay, jetzt macht's erstmal wieder das Ding dazu. Jetzt mach ich das Ding hier auf und... Scheiße. Licht. Nein. Licht. Licht. Oh, fuck. Oh. Hör auf, mich zu verarschen, du Penner. Komm ins Licht, du dummer Wicht. Komm ins Licht, du dummer Wicht. Jetzt lauf, du wach. Ich hasse diese Steuerung, ich hasse diese Steuerung, ich hasse diese Steuerung, denn die ist saudumm. Hier, du Penner. Friss Schläge, du Mistvieh von einem paar blödeten Scheiß-Vampir. Er ist benommen. Das ist meine Chance, ihn zu erledigen. Uh, er ist benommen. Ich will Energie, sofort. Jaja. Nein. Gerade nicht. Oh, ernsthaft? Komm ins Licht, komm ins Licht. Warum auch nicht. Ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht angreifst. Jetzt such dir mal einen anderen Spruch, du blöde Funzel, du. Und du spring mich nicht an, du Wichser, du. Oh. Das ist so nervig gerade, das glaubst du gar nicht. Vor allem, weil es immer dieser letzte Fitzel ist. Sag mal. Jetzt greift dir das Scheiß-Fenster. Komm mal her, Morbius. Komm mal hierher. Hier rüber, hier rüber, du Penner. Hier rüber. Ganz weit weg. So, und jetzt hältst du mal die Fresse da drüben, du Scheißer. Mach das Kack-Fenster auf. Wichser. Wo ist der Holzloch? Gleich durchbohren den Arsch. Viel zu viel Energie verloren. Hoffentlich hast du mit deinem neuen Anzug auch Ohrstöpsel bekommen. Ohr, nein, vernichte mich nicht, Michael. Rüber, 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 rüber. Fuck. 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 Nettes Ehepaar. Die Familie hat im Irrenhaus wohl eine doppelte Dosis bekommen. Spider-Man sagt mir, wozu man aus dem Dosen tun kann. Scheiße. Das war ein doppelt bekloppter Treffer. Okay, ich renne jetzt so lange im Kreis, bis ich meine Energie wieder aufgeladen habe. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Siebter Anlauf. Ach, komm schon. Jetzt lauf ins Licht, du Penner. Lauf ins Licht. Yay. Oh, er brennt. Oh, Katzi. Noch nie gesehen. Brille. So, komm rüber. Ja, ja, kurz bevor er zuschlägt. Willst du mich verarschen? Steht hier im Licht und macht gar nichts. Ich habe keine Chance, ihn zu erledigen. Ich ziehe dunkles vor. Du auch. Nettes Ehepaar. Die Familie hat im Irrnhaus wohl eine doppelte Dosis bekommen. Der schwarze Anzug steht dir gut. Aber böse ist meistens attraktiv. Jetzt mach nicht das. Boah, du Arschloch, ey. Wenn du mich schon anspringst, am nächsten ist es nicht rein, du Wichser. Na, was für eine geile Falle. Was für eine geile Falle, du blöde Fuhrer. No. Ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht dauernd mit deinen scheiß Laserstrahlen wegbombst. Du blöde Wichskudu. Ja, reißt doch das schwarze Scheißdach ein. Wäre eindeutig einfacher als die Pisse hier. Ist dir jetzt nicht so, als würdest du das nicht können. Na. Los. Nein, erst wenn wir da sind. Na, das wird doch wieder nix. Muss ich die Sauerei aufräumen? Wir müssen diese Klage aussorten. Er steht unserer Bestimmung im Weg. Bitte, Liebste, beende diesen Irrsinn. Nein! Vernichte ihn, Morte! Ich kann diese Fenster mit dem Netz öffnen und Morbius eine Falle stellen. Du Fekudu! Jetzt spring hier rüber, du Arschloch. Und du hör auf, auf mich zu schießen, du Mistvieh. Und andauernd in meine Flugbahn zu kommen, du Arschloch. Und du triff endlich mal die scheiß Fenster, wenn ich dich schon da hinstelle und auf A drücke. Jetzt lauf rein. Dein Auge auf deinen neuen Anzug wangen. Das ist auch nicht leide. Das ist so lächerlich. Ich ziehe Dunkles vor. Deh, 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 deh. Deh, deh, deh. Deh, deh, deh. Deh, 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 deh. Deh, 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 deh. Deh. Deh, deh. Naughty, very naughty, very naughty. Very naughty. Very naughty, very naughty. Jetzt bin ich schon gesprungen, das bringt immer noch nix. Oh, fuck, ey. Jedes verfickte Mal. Jedes verfickte Mal. Und das ist erst das zweite Mal gewesen. Ich ziehe Dunkles vor. Du auch? Sie ist schnell. Ich muss die Fenster öffnen, kurz bevor Morbius zuschlägt. Jeder hat eine dunkle Seite. Ich bring sie nur hervor. Ich kann diese Fenster mit dem Netz öffnen und Morbius in die Falle stellen. Er ist benommen. Das ist meine Chance, ihn zu erledigen. Ich bin ja schon mal abgeblitzt, aber so noch nie. Ich würde es vorziehen, wenn du mein Heim nicht umdekorieren würdest. Ich habe da eine Idee. Ich sollte etwas Licht in diese Situation bringen. Ich habe viele treue Diener, Spider-Man. Aber ich genieße es am meisten, wenn du meine Wünsche erfüllst. Ich kann diese Fenster mit dem Netz öffnen? Ja, und sonst so? Was macht ihr so den ganzen Tag über? Auch in einem Lagerhaus auf Vampire einkloppen, die dann dauernd die Fenster wieder zu machen. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Stunde acht Minuten. Nein, jetzt habe ich wieder auf B gedrückt. Scheiße. Naja, umso besser. Jetzt kann man wenigstens mal ein bisschen runterkommen. Baa! So ein Scheiß. Wir hatten ihn doch vorhin schon fast. Wir hatten es doch schon fast geschafft. Dann hat er das Kackfenster nicht aufgemacht. Hätte er das gehabt, dann wäre wahrscheinlich der Kampf gegen sie losgegangen. Und wir hätten blöd da gestanden. Aber hoffentlich ist dann da ein neuer Speicherpunkt oder sowas. Kann ich ja nicht speichern hier irgendwie mal. Speichern, laden, speichern, speichern, ja, überschreiben, los, hopp. Wie viel haben wir denn jetzt? Nein, ich will nicht speichern, ich will laden, du Penner. Laden, 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 laden. 44 Prozent. Ich glaube, wenn das durch ist, sind wir bei 50. Übrigens, wir sind hier gerade am helllichten Tag, ne? Und Morbius so... Boah, nö, warum? Da, wo du es gefunden hast. Und ich wäre dafür echt mal noch ein paar Solarlampen mitzunehmen. Und ne Bombe vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Also der schwarze Anzug, der hält auf jeden Fall mehr von Morbius aus. Aber ich weiß nicht, ob er gegenüber ihren komischen Schallwellen schwächer ist. Weil theoretisch müsste das ja sein. Weiß das irgendwer? Er wechselt ja auch automatisch in den roten, blauen Anzug. Ist das irgendwie ein Zeichen dafür? Oder eher nicht so? Ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, die geben mir halt während des Kampfes durch den Kopf. Die verbalisiere ich dann selten. Weil, sobald ich die ausgesprochen habe, bin ich tot. Denn ist es auch egal. Nein. Komm jetzt hier. Ein Absturz ins Wasser habe ich gerade keine Wüste. So absolut nicht. So gar nicht. Lass es einfach. Ah, so ist schon besser. So, Energie voll. Acht Punkte. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal gucken, ob wir ein paar Helden-Upgrades machen können. Irgendwie mehr Power oder so. Mehr Energie wäre geil, aber... Gibt's wohl nicht. Naja, wenigstens sind die zwei wieder glücklich vereint. Ist doch toll. Ich ziehe Dunkles vor. Das ist sehr schön für dich. Sie ist schnell. Ich muss die Fenster öffnen, kurz bevor Morbius zuschlägt. Du wirst mich melden. Ich bin der letzte Schreiber. Ich hasse dich, weil du der letzte Schrei bist. Okay, warte. Energie ist wieder voll. Okay, jetzt muss ich wieder Energie aufladen. Warte. Okay, Energieleiste ist wieder voll. Also so voll, wie sie überhaupt noch geht. Weg, 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 weg. Alter, weg. Jetzt klipp dich hier nicht noch irgendwo fest, ja? Dann klipp ich aus. Okay, jetzt muss ich es ja irgendwie mal auf irgendeine Ecke locken. Am besten die hier. Okay. Weg, 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 weg. Okay. Perfekt. Fenster. Okay, Energie aufladen. Energie ist aufgeladen. Los, Morbius, spring! Ich habe jetzt nicht gesagt, dass du blöde Trudder auch noch gleichzeitig schießen sollst, ja? Okay, Runde eins geschafft. Was macht dein Mann wieder ganz? Ich weiß, was geht jetzt noch drei Runden und so weiter. Zwei Runden mindestens. Okay. Okay. Fenster! Weg, 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 weg. Erstmal wieder Energie aufladen. Okay. Und Fenster! Und Energie aufladen. Jeder hat eine dunkle Seite. Ich bring sie nur hervor. Ich ziehe dunkles vor, du auf. Und Bäm, Bäm, Bäm und Pum! Das war voll in die Fresse. Kann man Energie überhaupt so schnell aufladen, wie die mich niedermacht? Wahrscheinlich nicht. Scheiße! Ja, Geduld, Junge, Geduld. Wir müssen hier echt mit der Energie raushalten, sonst sind wir wieder tot. Morbius ist nämlich eindeutig zu schnell für uns, warum auch immer er das ist. Hey, er ist gerade durchs Licht gelaufen. Das geht nicht. Das darf er gar nicht, ohne stehen zu bleiben. Das war dumm, weißt du? Ich lock sie in die Ecke und renne natürlich wieder voll in die scheiß Kugel rein. Okay, jetzt aber. Nächste Chance, Morbius. Kommt zu mir. Okay, er hat noch nicht ausgereicht. Ich bin ja schon mal abgeblitzt, aber so noch nie. Ich würde es vorziehen, wenn du mein Heim nicht umdekorieren würdest. Okay, sie regeneriert ihn wieder. Letzte Runde. Hoffentlich. Energie. Energie, Energie, Energie. So, jetzt hör mal auf, hier die Kamera so rumzuspacken. Was soll die Scheiße? Ja, ja. Nein, nein, nein. Volle Pulle. Natürlich. Wer denn sonst? Okay, jetzt bin ich aus dem Takt raus, leider. So, reparier mal schön dein Fenster. Du kleine Diva, du. Jetzt war sie am Weg. Kacke. Okay, das könnte was werden. Fenster. Fenster, 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 Fenster. Ja. Ich bin ja schon mal abgeblitzt, aber so noch nie. Nö. Los, mach dein Fenster zu. Ich ziehe dunkles vor. Du. Ich wollte gerade sagen, während du das Fenster zumachst, kann ich nämlich das andere aufmachen. Okay, Morbius. Sehr schön. Und. Bäm. Geht nicht. Kacke. Vom Flak. Kacke. Okay, wieder Energie holen. Warte. Sterb. So, er ist weg. Was mache ich jetzt mit ihr? Oder holst du ihn jetzt wieder? Nein, sie holt ihn nicht wieder. Doch, sie holt ihn. Wieso holt sie ihn wieder? Scheiße. Bring mich nicht dazu. Ach, sie verliert Energie dadurch. Okay. Verstehe. Was war das denn jetzt für eine blöde Aktion von mir? Scheiße. Jetzt wurde ich cocky. Das habe ich wieder davon. Jetzt aber hopp, 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 hopp und Bäm. Wird der immer stärker, der Typ? Kann das sein? Fuck, 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 fuck. Flucht. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist wieder Energie zu verschwenden. Ja, ich habe den Witz kapiert. Ich kann diese Fenster mit dem Netz öffnen und Morbius eine Falle stellen. Fenster. Ich habe so den blöden Eindruck, das geht fünfmal jetzt noch. Also allgemein geht das fünfmal, habe ich so den Eindruck, dass es ziemlich scheiße wäre. Dass es mehr als dreimal geht, ist ja schon eine Frechheit, wenn du mich fragst, aber okay. Warum nicht mal was anderes machen, ne? Guck mal rüber, Morbius. Ach, du bist doch scheiße, Morbius, bist du. Ein bisschen Dunkelheit ist in jeder Seele, auch in deiner. Warum bist du so interessiert an mir? Du hast schon einen Leermann. Ich würde es vorziehen, wenn du mein Heim nicht umdekorieren würdest. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Mann, wie viel Energie hat der Typ denn noch, ey? Ihr habt so den Eindruck, dass hier ist eine Aufgabe, die Exponential steigert sich. Irgendwie siebenmal den ganzen Kram. Beim ersten Mal muss er dreimal geschlagen werden, beim zweiten Mal viermal, beim fünften Mal siebenmal und so weiter. Ich schreie, wenn ich dich brauche. Er ist belohnt. Das ist meine Chance, ihn zu erleben. Oder bin ich einfach nur zu blöd zu treffen? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Lass mich die Sauerei aufräumen. Ich muss einen kürzeren Sprung machen. Okay, er ist am Boden. Jetzt kriege ich wieder ein bisschen Energie? Oder ist es jetzt vorbei? Töten. Einfach nur töten. Pfahl durchs Herz, wenn gut ist. Endlich. Ich will erstmal meine Energie haben. Bist ein guter Junge. Ein Rucki. Gib mir Lebenskraft, sonst sauge ich dir deine aus. Normalerweise liebe ich Spieler, aber das hier ist kein Sudoku. Peter, hilf mir! Ähm, Jane! Nein! Spider-Man. Nur noch ein bisschen weiter. Neun...